Ein beweglicher Geist und die Wichtigkeit flexiblen Denkens Die Fähigkeit des Perspektivenwechsels, das Vermögen, seine Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen, wird durch die Eigenschaft eines beweglichen Geistes genährt. Der letztliche Nutzen eines beweglichen Geistes besteht darin, dass er uns erlaubt, alles Leben wahrzunehmen, ganz und gar lebendig und menschlich zu sein. Jeder von uns kann die gleiche Beweglichkeit des Geistes entwickeln. Sie ergibt sich, zumindest teilweise, aus unserem Bemühen, unsere Perspektive zu erweitern und neue Blickwinkel zu erproben. Das Resultat ist eine simultane Bewusstheit des Gesamtbildes ebenso wie unserer individuellen Umstände. Dieser zweifache Ausblick, eine gleichzeitige Sicht der großen Welt und unserer eigenen kleinen Welt, kann als eine Art Raster dienen und uns helfen, das, was im Leben wichtig ist, vom Unwichtigen zu trennen. Es besteht eine wechselseitige Beziehung zwischen einem beweglichen Geist und der Fähigkeit, die eigene Perspektive zu verschieben. Ein beweglicher, flexibler Geist hilft uns, unsere Probleme von unterschiedlichen Standpunkten aus anzugehen. Umgekehrt kann der ganz bewusste Versuch, unsere Probleme objektiv aus verschiedenen Blickwinkeln zu prüfen, als eine Art Flexibilitätstraining für den Geist betrachtet werden. In der heutigen Welt ist das Bemühen um eine flexible Denkweise nicht nur eine selbstbezogene Übung für müßige Intellektuelle. Sie kann sogar zur Überlebensfrage werden. Im Laufe der Evolution haben die Arten, die am flexibelsten, am anpassungsfähigsten gegenüber Umweltveränderungen waren, überlebt und sind gediehen. Das heutige Leben ist durch plötzliche, unerwartete und manchmal gewaltsame Wechsel geprägt. Ein beweglicher Geist kann uns helfen, die äußeren, um uns herum vorgehenden Veränderungen miteinander in Einklang zu bringen. Er ermöglicht uns, all unsere inneren Konflikte, Ungereimtheiten und Ambivalenzen zu integrieren. Ohne die Kultivierung eines geschmeidigen Geistes wird unsere Haltung brüchig und unsere Beziehung zur Welt von Furcht geprägt. Nehmen wir dagegen eine flexible, bewegliche Haltung gegenüber dem Leben ein, können wir unsere Gelassenheit sogar unter den unruhigsten und turbulentesten Bedingungen bewahren. Der Dalai Lama hat eine Reihe von Grundüberzeugungen, die all seine Handlungen prägen. Den Glauben an das Gute im Menschen. Den Glauben an den Wert des Mitgefühls. Eine Politik der Güte und ein Gefühl der Verbundenheit mit allen Lebewesen. Wenn ich betone, wie wichtig es ist, flexibel und anpassungsfähig zu sein, meine ich natürlich nicht, dass wir uns in Chamäleons verwandeln sollten und jedes neue Glaubenssystem übernehmen, unsere Identität dauernd ändern und uns jede Idee passiv einverleiben. Höhere Wachstums- und Entwicklungsstadien sind auf Leitprinzipien angewiesen. Auf ein Wertesystem, das unserem Leben Beständigkeit und Klarheit verleiht und als Maßstab für unsere Erfahrungen dient. Eine Entscheidungsgrundlage dafür, welche unserer Ziele wertvoll und welche bedeutungslos sind. Die Frage ist, wie wir solche Werte standhaft und konsequent wahren und gleichzeitig flexibel bleiben können. Der Dalai Lama scheint dies erreicht zu haben, indem er sein Wertesystem auf wenige grundlegende Fakten reduziert hat. Erstens, ich bin ein Mensch. Zweitens, ich möchte glücklich sein und nicht leiden. Drittens, andere Menschen möchten wie ich ebenfalls glücklich sein und nicht leiden. Nicht die Betonung der Unterschiede, sondern der gemeinsamen Basis führt zur Verbundenheit mit allen Menschen und zu seinem fundamentalen Glauben an den Wert von Mitgefühl und Altruismus. Genauso kann es sich für uns lohnen, wenn wir einige Zeit darauf verwenden, über unser eigenes Wertesystem nachzudenken und es auf seine Grundprinzipien zu reduzieren. Die Fähigkeit, unsere Prinzipien auf ihre Urelemente zurückzuführen und unser Leben darauf zu gründen, verschafft uns die größte Freiheit und Flexibilität im Umgang mit der Vielzahl von Problemen, die uns alltäglich begegnen. Gelassenheit finden Eine flexible Einstellung zum Leben hilft uns nicht nur mit Alltagsproblemen fertig zu werden. Sie wird auch zur Basis einer unverzichtbaren Voraussetzung für ein glückliches Leben, der Gelassenheit. Nachdem der Dalai Lama es sich eines Morgens in seinem Sessel bequem gemacht hatte, erläuterte er den Wert einer ausgeglichenen Lebensführung. Eine ausgeglichene und geschickte Lebensweise, die Extreme vermeidet, ist ein sehr wichtiger Faktor im Alltag. Wer einen Schößling pflanzt, muss gerade im ersten Stadium sehr behutsam und geschickt vorgehen. Zu viel Feuchtigkeit oder zu viel Sonnenlicht werden ihn abtöten und zu wenig ebenfalls. Nötig ist also ein sehr ausgeglichenes Umfeld, in dem der Schößling gesund heranwachsen kann. Auch für die Gesundheit eines Menschen kann ein zu viel oder zu wenig destruktive Auswirkungen haben. Dieses behutsame und geschickte Verfahren, das Extreme vermeidet, wirkt sich auch auf die geistige Gesundheit und das emotionale Wachstum aus. Entdecken wir an uns selbst beispielsweise zunehmende Arroganz und Aufgeblasenheit, weil wir uns aufgrund unserer eingebildeten oder wirklichen Errungenschaften oder Qualitäten überschätzen, dann besteht das Gegenmittel darin, mehr über die eigenen Probleme und Leiden nachzudenken und die unbefriedigenden Aspekte der Existenz zu betrachten. Das wird dazu beitragen, uns von einem überhöhten Geisteszustand herunter und wieder mehr auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Lässt man sich umgekehrt durch die Reflexion über die unbefriedigende Natur der Existenz, über Leid, Schmerz etc. überwältigen, dann besteht die Gefahr, ins andere Extrem zu verfallen. In dem Fall wird man womöglich entmutigt, hilflos und depressiv und denkt, ach, ich bin zu nichts imstande, ich tauge einfach nichts. Unter solchen Umständen ist es wichtig, dass wir uns durch das Nachdenken über unsere Errungenschaften, die Fortschritte, die wir gemacht haben, und unsere anderen positiven Eigenschaften aufrichten und die Demoralisierung überwinden. Hier ist also ein sehr ausgewogener und geschickter Ansatz erforderlich. Diese Methode fördert nicht nur die physische und emotionale Gesundheit, sondern wirkt sich auch auf das spirituelle Wachstum aus. Der Dalai Lama sagte, die buddhistische Tradition enthält viele verschiedene Techniken und Praktiken, aber man muss bei der Anwendung der unterschiedlichen Methoden geschickt vorgehen und darf nicht übertreiben, auch kommt es auf Ausgewogenheit an. Bei buddhistischen Praktiken ist es wichtig, Studium und Wissen mit Kontemplation und Meditation zu verbinden, damit kein Ungleichgewicht zwischen dem akademischen oder intellektuellen Wissen und der praktischen Anwendung entsteht. Da bedarf es also eines Gleichgewichts. Ich warf ein, sie betonen die Wichtigkeit, Extreme zu vermeiden, aber sorgen nicht gerade die Extreme für Aufregung und Würze im Leben. Wenn man alle Extreme im Leben vermeidet und immer den Mittelweg wählt, führt das nicht zu einer öden, farblosen Existenz? Der Dalai Lama schüttelte den Kopf. Man muss die Ursachen von extremem Verhalten begreifen. Nehmen Sie zum Beispiel das Streben nach materiellen Gütern, nach Wohnung, Möbeln, Kleidung etc. Einerseits kann Armut als extrem angesehen werden und wir haben fraglos das Recht, sie zu überwinden und unsere physische Bequemlichkeit zu sichern. Auf der anderen Seite bildet zu viel Luxus, das Trachten nach exzessivem Reichtum, ein weiteres Extrem. Unser Endziel auf der Suche nach mehr Wohlstand ist ein Gefühl der Befriedigung, des Glücks. Aber die eigentliche Basis dafür, immer mehr zu suchen, ist ein Gefühl des Mangels, ein Gefühl der Unzufriedenheit. Diese Unzufriedenheit, diese Gier nach immer mehr, wird nicht von einer den angestrebten Objekten innewohnenden Attraktivität, sondern vielmehr von unserem eigenen Geisteszustand ausgelöst. Unsere Tendenz, in Extreme zu verfallen, beruht oft auf einem unterschwelligen Gefühl der Unzufriedenheit. Und natürlich sind auch andere Faktoren im Spiel. Es ist wichtig, Extreme als schädlich zu erkennen, selbst wenn sie anziehend oder aufregend erscheinen. Extreme Verhaltensweisen sind gefährlich und führen zu Leiden. Wer Beispiele extremer Verhaltensweisen sorgfältig untersucht, wird unweigerlich zu diesem Schluss gelangen. Betreiben wir etwa auf globaler Ebene exzessiven Fischfang, ohne Rücksicht auf langfristige Konsequenzen zu nehmen, hat das einen Rückgang der Fischbestände zur Folge. Oder sexuelles Verhalten. Natürlich gibt es den biologischen Reproduktionstrieb und die Befriedigung durch sexuelle Aktivität. Aber extremes sexuelles Verhalten ohne Verantwortungsbewusstsein führt zu vielen Problemen wie sexuellem Missbrauch und Inzest. Ich warf ein, Sie erwähnten, dass es neben dem Gefühl der Unzufriedenheit noch andere Faktoren geben kann, die Extreme bewirken. Ja, natürlich, er nickte. Können Sie ein Beispiel geben? Ich glaube, Engstirnigkeit könnte ein weiterer Faktor sein, der zu Extremen führt. Ich fragte weiter. Engstirnigkeit in welchem Sinne? Der Dalai Lama antwortete, Das Überfischen, das zu einem Schwund der Bestände führt, wäre ein Beispiel für engstirniges Denken in dem Sinne, dass man ausschließlich kurzfristig plant und das Gesamtbild ignoriert. Hier könnte man durch Aufklärung und Wissen die eigene Perspektive erweitern und einen weniger engstirnigen Standpunkt vertreten. Ich bin davon überzeugt, dass wir durch eine solche Erweiterung unserer Perspektive extremes, sich negativ auswirkendes Denken überwinden können. Die Erweiterung unserer Perspektive